So, hi Leute und willkommen zum neuen Part von Minecraft. Endlich wieder zurück. So, der Ofen ist ausgegangen. Ach, dann hauen wir mal den restlichen Pack Kohle da rein. So, also als ich mir das angesehen habe, die anderen Parts, ist mir aufgefallen... Ne, ist mir einen schon vorher aufgefallen, wie ich den Part gleich gedreht habe. Oh, ist nachts. Dass die Höhle ja wirklich das letzte war. Und deshalb will ich etwas anderes machen. Ich will eh Rohstoffe finden. Mehr Rohstoffe. Viel mehr Rohstoffe. Und deshalb gehe ich erstmal schlafen. Nein, das ist jetzt nicht. Aber ich werde jetzt eine kleine Mine ausgraben. Und dafür brauchen wir erstmal Treppen. Ich könnte auch Leiter machen, aber Holz brauchen wir momentan. Nein, irgendwie nicht. Ich könnte auch Holztreppen machen. Doch, ich mache Holztreppen. So, mal da mal so. So und... Ja, es war's. Es wird eh nicht ganz lang. Von dem her... Na, ist ja auch egal. Mist. So, dann haue ich das mal da rein. Was kommt? Ne, der Sand. Der bleibt auch mal hier. Was soll ich da unten? Da kommt doch ein Lagerraum rein. Das Bett kommt da noch woanders hin. Ich habe es aber nur dahingestellt. Damit wir da pennen konnten. So. Dann. Was brauche ich noch? Äh, die Schnüre kommt... Ich brauche das. Ich glaube, da mache ich jetzt mal zwei. So. Einmal zum Mitnehmen. Und hier rein. Und... Ja. Fertig. Genug Spitzhacken habe ich dabei. Gut. So, Leute. Jetzt ist halt die Frage. Wo gehen wir jetzt genau hin hier? Hm. Schwierig. Den Leuchten da hinten müssen wir auch noch... Oder beziehungsweise Aussichtsturm. Ähm. Ist auch noch fertig, Mann. Und warum ich das Leuchtturm-Aussichtsturm nenne? Das liegt daran, dass ich, ähm... Noch in der ersten, sag mal, Teststaffel von Minecraft... Ähm... Zwei Bauideen bekommen habe. Einmal Leuchtturm und einmal Aussichtsturm. Da habe ich mir halt gedacht, ja, Leuchtturm-Aussichtsturm ist doch fast dasselbe. Bloß, dass das andere leuchtet im Dunkeln. Jetzt. Gut, komm. Jetzt. So. Und ja, dann habe ich mir halt gedacht, dann mache ich das doch gleich zusammen. Warum nicht? So, aber jetzt erst mal... Sand abbauen. Nein, eigentlich nicht, aber... Bietet sich gerade so schön an. So. Wo bauen wir denn jetzt mal rein? Wo bauen wir uns in die Erde? Ich sollte irgendwo ein Platz sein, den wir immer wieder, sag mal, finden und benutzen können. Falls wir mal Kabels brauchen oder einfach nur... Au! Einfach nur ein Beinbruch. Nein, einfach nur ein... Äh... Kohle, Steine... Also, Kabels habe ich schon gesagt. Oder irgendwas. So, aber wo gehen wir da hin? Ich glaube, ich baue mich jetzt einfach mal... Wo ist das Haus? Hier, dann baue ich mich... Nämlich mal die Erde hier mit. So. Äh... Einfach hier rein. Fertig. So. 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 Na, es fängt ja... Na, es fängt ja schon mal super an. Aber egal. Ich laufe jetzt nicht nochmal... ...wegen der Schaufel zurück. Es geht ja fast genauso schnell. Mit den Händen. Leute, ich habe fast gesagt. So. Naja, wenigstens kommen jetzt schon die Steine. So. Hätte ich die Playlist ändern sollen? Ich bin mir da gerade ziemlich unsicher. Weil wer weiß, vielleicht stoßen wir auf den Mega Dungeon. Das wäre auch richtig geil. Boah, Leute. Ich laufe doch nochmal zurück. Ich kann das nicht haben. So. Nein. Komme ich da... Na. So. 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 Gut. Jetzt aber. Auf. Auf. Hopp. Und ab. Puh. So. Und jetzt zurück. Dann. Dann. Gib mir ein. Gleich, gleich. Gleich. Mann. So. Ach, hier war die schicke Poolparty. Genau. Tut er echt nicht eingeladen wurde. Ey. Geh auf und lass mich da rein und hör zu. So. So. Haben wir denn schon eine? Nein, haben wir nicht. Dann mach ich mir jetzt eine Schere. Und ich glaube, ich mach mir auch gleich mal schon Eisenwerkzeug. Zwei. So. Ja, doch. Ich glaube, ich glaube, das passt so. So. Da sind noch Treppen, die nehm ich mit. Und. Ach, da mach ich mir, glaube ich, gleich eine Eisenschaufel. Oh, Mann. Jetzt hab ich nichts. Äh. Da ist Eisen. Her damit. Auf. Jetzt. Rein. Ob. Und. Her damit. Gut. Ich glaube, ich nehm zuerst die. So, jetzt aber. Ich hab irgendwas vergessen. Den abgeschlossen hab ich. Den Herd hab ich auch ausgemacht. Ja. Alles passt gut. Ähm. Wo war? Da oben war das. Da. Ich glaub, da hau ich gleich mal. Hier ne Fackel. Hier ne Fackel. Hier ne Fackel. Und hier ne Fackel hin. So. Und. So. So. Zack. 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 Weg. Oder ich glaub, ich mach zum Schluss dann die Treppen hin. Das lässt sich dann, glaub ich, besser bauen. So. Tschüss. Und tschüss. So. 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 Da auch noch runter. So. Gut. So. Äh. Weiter. So. 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 Ich hasse das. Weg. Na ja. Wenigstens sind wir ja nicht auf dem Multiplayer-Server, wo alles wieder erscheint. Kommt auf dem Server drauf an. Das stimmt. Aber. Na ja. Oh. Kaputt. Weiter. Ziemlich dunkel. Fällt mir gerade auf. Ich wollte dir einfach jetzt mal ansprechen. Und zwar. Äh. Habe ich ziemlich nette Komplimente von, ähm. Der Let's Play AG bekommen. Oder. Ja. Der Kanal heißt Let's Play AG. Und. Schaut doch mal vorbei. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich unten links einen Link zu dem Kanal finden. Klickt einfach mal drauf und lasst doch mal ein Abo mal ein bisschen liegen. Ja. Der ist ziemlich cool. Macht ziemlich cool Let's Play. Unter anderem auch von Minecraft. Yeah. So. Äh. Sag mal. Ist jetzt auch kaputt. Das ging jetzt ab. Und irgendwie. Verstehe ich nicht. Ist es Benji Kazui? Meantime oder was? Oder warum kommen da jetzt so viele von diesen. Von Benji Kazui. Die ganzen Lieder. Na egal. So. Ich hoffe wir stoßen langsam mal auf irgendwie auf. Kohle oder sonst was. Aber ich glaube ich bleibe jetzt erstmal auf der Höhe hier. Und baue mich in die Richtung weiter. So. Heiter. Immer weiter. Da. Da. Bin ich mal gespannt. Ob man da auf irgendwas stoßen. Wenn es nur Eisen oder Kohle ist. Also Diamanten wäre natürlich jetzt schon geil. Aber. Würde mich auch schon über Eisen freuen. Na ja okay. Also. Mit naja okay will ich damit andeuten. Dass der Part zu Ende ist. Und. Wir sehen uns im nächsten Part. Hoffentlich. Wenn ihr dran bleibt. Ja. Und bitte bewerte das Video. Und kommentiert. Was ich. Besser machen könnte. Oder gut mache. Oder sonst was. Also. Ihr versteht schon. Was ich meine. So also. Bis dann.